Das ist das Marcilli, das schönste Flussbad von Europa, wenn nicht sogar von der ganzen Welt. Warum? Auf der einen Seite natürlich die unverwechselbare Szenerie, wo man drinnen baden kann. Zweitens die Garderobenbauten, die dem Bad den unverwechselbaren Charme geben. Und drittens klar die Ahren, der wunderbarste Fluss, wo man drinnen baden kann. Das wollen wir jetzt sanieren, aber wir wollen es sanft sanieren, so dass man es fast nicht merkt. Ein bisschen weiterentwickeln, damit die Qualitäten noch etwas verstärkt werden können. Das Ziel ist, dass es weiterhin klar die schönste Bade der Welt ist und zweitens auch die liebste Bade der Bernerinnen und Berner.